Hi Shishnoudi, Freunde und willkommen zurück zum besten Sonic-Spiel der Welt. Ja, wahrscheinlich. Sonic All-Stars Transformed Racing. Sonic All-Stars Racing Transformed. So, in die Richtung. Wir sind dabei, Charaktere freizuschalten, deswegen machen wir diese ganzen Missionen. Genau, Mission ist am Hangar. Und ich fahre als Alex Kidd. Wer fahre als Alex Kidd? Ja, der perverses Fahrzeug, muss ich sagen. Dann fahre ich... Ich warst du, Alex Kidd war damals freizuschalten. Fucking Tales. Und zwar am 24., noch am 24. Dezember. Ja, ist automatisch freigeschalten worden. Ha. Deswegen habe ich damals mein Wii U einfach auf 24. Dezember gestohlen. Und dann war das erst für mich. Ich habe so einen Schwachsinn. Ich habe den 2-Fach-Boost. Ja, du hast Tales, aber was mit dem? Das habe ich mir auch gedacht, aber halt. Spass. Ich bin nur für A-Rennen. Ich muss mir jetzt endlich mal ein bisschen aussuchen, den ich level. Echt? Ja, du auch fast. Ich meine, Knight werden wir auf jeden Fall level. Knight ist geil. Ich glaube, Knight war früher auch ziemlich gut. Knight. Äh, Dings. Äh, Dings. Sicher Knight, oder? Was da? Ich meinst du Knights? Knights, ja. Die Lieder, ne? Ja. Ja, ja. Du hast ja Knight. Knights. Der ist die Mehrzahl. Ja. Sprechen da. Was? Knights ist... Du spielst ja Knights Journey into Dreams, oder Knights. Ja, aber warum heißt er dann nicht einfach nur Knight? Nein, nein, er heißt Knight. Oder sie, eigentlich ist es sie, oder er, es ist beides. Es ist nichts von beiden. Es ist nur ein Traum, deswegen ist er nichts. Ach so. Man sagt immer er, aber ich glaube, es ist... Ey, es ist so sexy, dass ich... sagen muss eigentlich... Madalier war ja eine Frau. Genau, ja. Oh, fuck me. Wie viel fahren eigentlich in einem Rennen? Gute zwölf. Gute zwölf. Kann ich nicht gut zwölf, gute zwölf. Na, zehn. Okay. Zehn, sonst. Immer noch, hoffentlich nicht oft. Na, auch nicht. Auch das ist ein Zweng. Erweng, zweng. Erweng, zweng. Erweng, zweng. Steckt Sparpfeld. Zungenbrecher aus Österreich, Freunde. Willkommen zu meinem Allstar. Chris, gut. Ich hab zwei kleine rote Barone bei mir. Das sind deine... Oh, wie hast denn die? Wie hast denn die? Okay, ist ja ein Flugzeiger oder ich weiß nicht. Hat einen eigenen Namen. Emerald Star oder Emerald Wing oder so. Okay. Ja, hat einen eigenen Namen. War doch verdient. Er war in der Army. Chaos. In der Army. Wow. Was für ein strammer Soldat mit einer großen Kanone. In der Army nimmt man das Kanonade. Hahaha. Hahaha, okay. Fahre mal deswegen ist das Tailster steckt. Ja. Oh, kriegt er gerade wieder Flashbacker früher. Ja, ja. Du kannst mir aber nicht meinen Hot Rod wegnehmen, oder? Ich nehme dir deinen Hotspot weg. Ja, danke. Ich glaube, ich kann ja Internet mehr. Mhm. Kacke. Fuck, Alter, wer fickt er gerade mit an? Aber wir haben vielleicht jetzt schon besseres Internetfreunde, wenn dieses Video oben ist. Mhm, vielleicht. Vielleicht sogar ziemlich sicher. Hoffentlich ziemlich sicher. Nein, ich werde. Alles klar. Ich muss mindestens Dritter werden, weil wenn ich nicht Dritter werde, dann kriege ich immer keinen Stern. Ich glaube, mit Dritter kriege ich mir einen Stern. Ich bin mir nicht sicher. Weil, ja, auch wenn ich auf hart gestillt habe, was heißt, eigentlich müsste ich nur bei Ersten am Stern kriegen. Weil beim ersten Krieg dann drei und beim Leichträger die Ahn bei einem ersten Platz sozusagen. Das heißt, im Prinzip müsste ich gar keinen Stern bringen, weil ich nicht erster. Wir haben die Wirm nicht erster. Verdammte Scheiße. Fuck. Aber zweist ein Dritter wäre machen. Ja, wir wissen, ob das springt. Das bringt wahrscheinlich nichts. Na. Failed. Fuck. Das sind wir jetzt nicht mehr. Weil wir gehören, ist das ja kein Fortschritt. Na. Ach nein, nicht schon. Ach scheiße, wir fahren wieder mit Dingern. Ja. Ach, ihr habt jetzt fast geschafft, glaubt. Erster Zwölf. Ja, ihr habt auch dritter. Eben. Schau auf, meine Freunde. Gefeuert euch hier die Strecke? Also, ihr mögt die Strecke. Das ist gut. Ja, voll. Ihr habt auch zwei kleine Fehler gemacht, zum Beispiel bei der Abkürzung. Wenn ihr die nicht gemacht hätt, hätten wir es vielleicht geschafft. Kannst du mal aufhören mit meiner Scheiße? Ich hab schon... Fuck. Gibt's einen Münchner? Ja. Schaut. War praktisch. Daneben. Daneben. Yes. Genial daneben. Genial daneben, meine Lieblingssendung aus RTL4. Ah, ich wollte es nicht auf dieke damit, aber... Ich habe kurz früher eingesetzt, aber ich bin ausgeprägt. Er hat gesagt so, ok. Aber er hat gesagt so, ja, den... Er muss er an haben. Ich habe einen Würden, ne? Die haben ja nur wenige Ruhe und er so... Fuck! Da sind wir beide verkackt. Drei. Scheiße. Ja, ich sage immer, diese Mannschaften können wir die Folge mal verwerfen. Ganz genau, ja. Weil so oft wollen wir das auch nicht eingern. Das heißt, wenn ihr das sagt, dann haben wir jetzt Runa. Yeah! Vielleicht. Vielleicht. Auch sehr... Oh, dann überredet sich selbst noch zu einer Runde 3. Oh Gott, der Twister war das. Ja, das war mein Twister. Du Dix. Boah! Die habe ich besser abgehört. Das war wieder behindert für mich. Sehr, es war eine Zwei zum Glück. Zack. Zacki, zacki. Kacki, kacki, maissacki. Das schaffen wir schon. Hot Rod, baby. Fick dich. Das war nicht ich. Der ist hinter mir gekommen. So, jetzt müssen wir erstmal nur gelaufen. So, ich habe jetzt... Ich glaube, das war der Stukun den ich gefickt habe. Den habe ich bei Eis gefickt. Ich habe es gesehen. Der steht nicht mehr so schnell auf. Ich glaube, der lässt es jetzt bleiben. Ja, schaut an. Ich habe schweres Stück Papier. Ich glaube, das ist das Ding. Und dann? Und dann schlägt er, wenn ich es gleich höre. Ach so. Das ist ziemlich kacke im Prinzip. Aber ich bin schneller. Ich halte mal Knuckles vom Heiß. Fickt eure Mütter hinter mir. Was ist denn jetzt los? Okay, wie heißt der? Nice. Ja, ich werde gerade gefickt. Wann ist ja gut, dann halte ich da zumindest auf. Aber was der eben... Ja, ich mag es halt auch nicht so gefickt werden, was der. Nicht unbedingt. Es wird sein muss, was der da muss sein. Was muss das muss, was nicht, was muss nein. Und so. Du kennst das. Leben, leben lassen. Ein bisschen Wasser lassen nebenbei. Kehr alles zum... Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Ich hab's zu ficken. Ich hab's nicht gegriffen. Ich hab's nicht gegriffen. Ich hab's nicht gegriffen. Hier auch nicht gegriffen. Ich hab's nicht gegriffen. Wach. Ravlorien. Ja, irgendwie. Das war aber close! Wie ist das so. Wie war's, man? Das heißt, ihr habt schon vor uns gewusst, dass wir schaffen. Ja! Ist jetzt lustig, Freunde, ist jetzt lustig. Ja, dann machen wir jetzt noch anders. Sigi! Peter! Ich bin ja gekleidet wie Elfer schon. Du bist irgendwie echt grausig. Irgendwie bist du grausig. Ich bin grausig. Irgendwie... Irgendwie so einen Scheiß. Du erinnerst mich an diesen Kack-Elf, der... Der hat so einen früheren... Der Hugo heißt da. Da ist der Charakter! Wie, da müssen wir... Das ist ein anderer, oder? Oder kriege ich den... Der ist, glaube ich, extra zum... Da machen wir das jetzt. Komm. Weil da ist fucking Amigo. Amigo ist saugeil. Wenn haben wir den... Nimi... Nimi habe ich gesagt. Nicht Knuckles. The fuck, was habe ich gemacht? Ich habe Knuckles genommen. Was? Du hast Knuckles genommen. Warum hast du Knuckles? Ja. Warum nicht? Ich meine, Sonic bin ja noch nicht. Ja eben. Oh ja, Sonic. SANIC! SANIC! Get a goflipst! 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 Du verlierst, wenn du letzter bist! Ach, wir vorhin gegeneinander, oder was? Ah, nein, 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 das ist was anderes. Okay, nein. Gegen er? Also wir dürfen jetzt aber nicht letzter werden, oder was? Das wirkt jetzt nicht so schwer. Ich will jetzt die nicht ficken hinter mir, also... Ich bin nicht hinter dir. Ne? Nein, bitte ist hinter dir. Oh. Wir haben doch... Wir waren beide gegengaben. Sicher. Ja? Sicher. Ja, ich hätte die auch treffen können. Ja, das stimmt. Ich hätte nicht zwangsläufig, dass ihr am trifft. Schön, schon. Ja, das war jetzt geil. Ja, ich muss schnell gehen. Ich muss schnell gehen. Hey, Beat! Beat ist dran. Ich bin dabei. Fuck. Ja, aber du bist nur dabei, oder? Du bist vor Beat gewesen. Ich war vor Beat. Ja, passt. Dann bist du nur dabei, sonst willst du ausscheiden. Aha. Ja, ja, ich bin nur dabei. Geh mal gut. Passt du alles. Danke der Nachfrage. Du bist ein netter Herr. Fick dich. Transform boost. Transform boost. Transform boost. Transform boost. Bamboozled. Fuckin Alex kann jetzt kommen. Nice. Jetzt sind wir wieder beide dabei und als kommt der Mingo. Ja. Kann man schon machen mit dem. Schau dir, Mann. Nimm so ein scheiß Boot. Alter, die Raketen haben nur ne Zeit. Sonst hätt ihr mir jetzt direkt gefickt. Schau dir. Boah, die kam von der Hand. Die war gut. Die war... Oder zumindest nicht schlecht. Warum haben wir jetzt gewonnen? Weil die Zeit wahrscheinlich schon vorbei war. Ach so. Okay, ja. Ich hab nicht gewonnen, aber du hast. Ja. Sehr wurscht. Voll. Ja. Step and roll. Monkey Ball. Skip Monkey Ball. Step and roll. How did you do this? Nice.